Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt spielen wir drei wilde Werte. Das sind 150 Karten. Alle Wörter, die da draufstehen, sind ein Wert in der deutschen Sprache. Du darfst jetzt mal eine Karte ziehen. Hi. Ja, cool. Was steht da? Pünktlichkeit. Na, was hat das mit dir zu tun? Fängt ja schon gut an. Pünktlichkeit war früher nicht so meine Stärke, wenn ich morgens rechtzeitig zur Schule kommen musste. Also, konnte es schon mal passieren, dass ich ein paar Minütchen später ankam. So eine halbe Stunde oder was? Und jetzt? Jetzt musst du pünktlich sein im Endeffekt, oder? Also, ja, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Jetzt im Moment nicht, weil ich zu Hause bin. Aber wenn dann nächsten Monat die Schule beginnt, ja, dann wird das auf mich zukommen. Du hast Realschul gemacht und setzt jetzt das Abitur oben drauf, ne? Finde ich schon doch ein Geil. Ja. Habe ich zumindest vor. Naja. Ja, ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube schon, dass du es gewagten kriegst. So eine hartnäckige Socke wie du.